Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege Hier, wir haben ja die letzte Runde verloren nach einer sehr großen Siegesserie, ja Keller Und heute sind wir wieder dabei in unserem, ich würd mal sagen, auch einer der Lieblingskarten Weil hier haben wir eigentlich immer ganz gut abgeräumt, natürlich mit dem vollen Team immer Schön, schön, so muss das Oh, die haben, die haben, die haben einen Tachanka auch noch da, ne? Was war denn in der letzten Folge da mit deinem Chaos? Ja, ich weiß nicht, ey, ich hab, ich, irgendwie, das komische ist auch, meine Freundesliste wurde irgendwie entleert Also, ich weiß nicht, ob da irgendjemand drin war oder so, jedenfalls hab ich jetzt alles geändert Äh, Passwort und alles Aber du hast deine Freunde alle wieder Geisel entdeckt Ja, ich hatte, ich hatte ja nie welche, ne? Haha Ach, Tobi auch dabei heute Ja, Tobi ist heute auch mal dabei, ausnahmsweise Ja, Tobi macht auch mal welche, ne? GF war da, WCF Das ist jetzt Tobi, Mann WCTF Geil, ey Ja, aber man kann ja sagen, die letzte Runde war trotzdem sehr, sehr spannend, ne? Ja, ja, wir haben, wir haben ja nicht scheiße gespielt, das war halt nur blöd jetzt, ne? Ja, und die letzten Runde hätten wir erholen können, aber wir waren nur noch zu viert dann Ja, und wir machen jetzt mal einen kleinen Aufruf, wir haben ja letztens gegen die Battlebros gespielt, wir würden ja gerne mal Tobi, was machst du denn da? Was hältst du denn, wenn wir mal hier durchgehen? Wir würden ja mal gerne verstecken Ja, ja Oh, warte mal Oh, ja, auf jeden Fall Gehen die überhaupt noch, ey? Ich mach hier auf, Curry, Patrick, weg da Ich bin da oben, Tobi Oh, oh, wie ist Kapkan? Patrick Patrick, Patrick, weg da Ja Das ist ein Loch, Vorsicht, Vorsicht, Curry Oh, oh, rechts, rechts, rechts Patrick, geh mal Leck mich doch am Arsch mit deinem Zeckchen. Nee, nee, nee headed Fahr cred, Curry? Fast, Leaf? Nee, nee Gek mal in den Raum rein, Patrick Unten ist ein Kapkan, ne? Vorsicht Ok ich spreng jetzt hier. Ist da irgendwo. Da ist noch ein Kapkan. Genau ich spreng da mach. Seid ihr bereit? Nein, ich spreng da. Mal aufpassen, irgendwo da ist da einer. Vorsicht, ich glaub dort ist noch. Patrick, Patrick komm mal raus, komm mal raus. Ja okay. Komm mal schnell. Ach bin ich dumm. Sorry, hab mich selber geblendet. Scheiße älter. Komm mal schnell Patrick. Ja wie denn? Ja zu mir. Du brauchst die Tür wieder raus. Alter hier laufen Leute rum. Hallo. Was sagst du mir ja nicht? Curry du musst irgendwie mal reingehen jetzt oder so. Oh der ist hier, der ist hier rechts rechts in der Hecke. Hier warte ich werf ne Granate rüber. Weg da Curry weg da. Zurück Curry weg da. Zurück Curry weg da. Oh hilf mir. Ich hab ihn aber leider ist Curry down. Pass auf das ist ein Loch. Das sind noch zwei Stück. Ganz ruhig aus. Na ja easy. Wisst ihr wo die sind? Oder wo einer ist? Ne. Beide im Zielraum glaub ich. Nice. Nice alter. Was war das denn jetzt Tobi? Ich hatte Angst dass ich die Geisel treff. Guck mal wo der stand der Pisser. Tobi wir haben die noch nie erschossen. Aber genau richtig gemacht Tobi ey. Boah das. Boah alter. Ein Schuss weiter ne. Da wär so total weh. Ja. Krass wir haben gleichzeitig die beiden gekillt ey. Sehr gut. Das war schon gut gespielt oder? Ich nehm jetzt in der Runde nochmal den Dock. Dann kann der Curry ja nochmal in den nächsten Runden. Lass mal auch Waffenlager nehmen unten bitte. Ey. Diggerchen hast du Hunger oder was? Diggerchen hast du Hunger oder was? Wo sind die Hunde? Wo sind die Hunde? Wo sind die Flur oder die Star Wars Pause? Nein das ist doch Waffenlager neben. Aber Waffenlager? Ja das heben wir uns auf in der Höhe. Mach wir dann gleich. Ich hasse diesen Raum ne. Hier sind so viele Wände die man einspringen kann. Da müssen alle dicht machen ne. Ne die Wände brauchst du gar n safe Runde. Hier ist eh der Raum. Da ist eh einer von uns drin. Save mal nur die hier. Die da vorne. Nein. Na gut macht Sinn ja. Ich mach jetzt eben noch in die Wand. Da kann ich da durch gucken. Da kann ich den anderen Raum auch gleich 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 safen. Wobei das ist die Klasse ruhig nicht ab. Lass 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 lass. Okay das hier ist auf ne. Ähm. So. Anbringen Kevin. Was? Ich hab noch hier Cpia Claymore gedünst. Noch 5 Sekunden. Ja mach mal. Keine Ahnung an dem Fenster irgendwo. Wurde entdeckt. Marderik geh mal zur C. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Die Verarsche haben Geisel. Zack. Okay Jungs ab geht's. Oh scheiße Westen. Jetzt hast du die Westen gelegt. Wenn die eine Weste haben weil ich. Das liegt daran wenn man mit der Klasse nicht mehr eingestiegen ist. Deswegen vergiss mal. Ich hab den Bandit glaube ich ein zweimal gespielt. Das ist auch ein bisschen seltsam gerade. Oh bei mir kommt einer. Bei mir kommt einer. Hilf. Hilf. Jo. Ich komm zur Hilfe. Ich komm zur Hilfe. Einer muss ihn umgehen. Ich hab ihn in der Ecke. Ich hab ihn paar mal getroffen. Genau Ben. Mach mal die Wand da. Genau die Wand. Genau. Er ist weg. Er ist wieder gegangen. Ne da ist noch ein Laser. Oder war das deiner. Ne da ist noch ein Laser. Der guckt da noch drauf. Wo denn wo ist der? Der ist noch da an der Tür. Okay. Da steckt dich mal wieder. Und wenn er sich gleich zu mir guckt. Dann rufe ich dich. Alter. Boah. Krass. Ganz oben. Okay. Hier ist ein Loch. Oh fuck. Von wo? Von wo Kevin? Alter. War da so ein Schild. Ne ne. Hier ist der Russia. Schild kommt die Treppe runter. Haaaah. Pass auf Bronzo. Du kannst gleich das Loch. Drei Leute kommen die Treppe runter. Pass auf. Warte. Warte. Einer ist da draußen. Der kommt jetzt auch rein. Sie ist Patrick. Nice. Einer ist hier draußen. Ja. Okay. Ja der muss ja rein kommen. Oh hier ist ein Schild. Vorsicht. Oh fuck. Achso. Schild ne. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Geh in Tobi. Oder warte. Warte Tobi. Nice. Sehr gut. War das der Schild? Ruhig. Einmal geradeaus laufen, aber es kann sein, dass er sich sieht. Ja, du hast noch 19 HP, macht kein Risiko. Warte, seid mal ruhig, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Der kommt auch rechts, der kommt auch. Geh weg. Nimm das Loch, Tobi, nimm das Loch. Ne, das hat er, das hat er. Geh weg, bleib weg, Tobi, bleib weg. Geh zurück, geh zurück. Da sieht er mich doch. Lass ihn mal selber machen, Curry, lass ihn mal selber machen. Pass auf, Patrick, der kommt, ne? Genau, hinter die Badewanne. Tobi, die Wand neben dir, die ist aus Holz, vergess das nicht, ne? Ja, 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 ja. Pass auf, die Geisel aus. Lass dich nicht holen, Tobi. Na, schwierig, wie ein Schild. Könntest du vielleicht rushen? Ne, geh einfach weg. Bleib da, genau, das ist ne gute Pose, ey. Ja. Boah, ich hab's nicht gefallen. Hey, ruhig, 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 ruhig. Der muss die Geisel eh mitnehmen, oder euch töten. Pass auf, Patrick, du kannst ja bestimmt... Lock dir mal in die Tür rein. Genau. Geh zurück, Tobi. Der war bei der Geisel, der war bei der Geisel. Nicht hergehen, die Runde, Leute. Ich hab' den nicht gesehen, ja, krass. Ihr geht zur Geisel, ne? Pass mal auf, der hat sich schon mitgenommen. Geisel, Patrick, Geisel. 10 Sekunden übrig. Wer kommt? Geh weg! Ah! Geh zurück! Komm, 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 geh weg, geh weg! Hinter die Badewanne. Hinter die Badewanne. Ja, nice! Nice, man! Nice! Jo, nice, Alter! Jo, Alla! Boah! Wie viel Glück kann man haben, Alter! Alter! Jo, nice, Alter! Abfuck'n, Alter, ne? Ist das geil! Der war da, Patrick, ja! Wer war die von Ben? Ja, na klar! Supergeil! Boah! Der Typ musste ich gerade so dermaßen abfucken, Alter! Boah! Ja, das war gewollt, ja! Das ist bitter, meine Freunde! Extra schön verteilt da, die Teile, ey! Sehr nice, Ben! Richtig nice gemacht! Okay, Patrick! 2-0, ey, super! Nee! Ich bin Termite, ja! Ich bin echt! Oh, Gott! Alter, das ist spannend! Boah, das war ja ganz spannend, ey! Wir laufen zusammen! Ja, schade, dass der Tobi noch gekriegt hat, ey! Also, ich konnte den nicht mehr, ich wusste nicht mehr, von wo der kommt, das hat irgendwie so Gehalt und so! Mhm! Ganz seltsam! Aber eigentlich... Ich wollte nochmal kurz was sagen, was ein immer sehr heikles Thema auf YouTube ist, aber das wollte ich mal sagen, wir haben jetzt um die 80 Folgen Rainbow Six, ja, man muss auch ein bisschen organisatorisches loswerden! Und, ähm, ihr könnt uns ein bisschen unterstützen, wenn ihr wollt! Also, wenn euch die Videos immer gefallen, bei dem Tobi, beim Curry, beim Präsent, beim Bonzo oder bei mir, oder je nachdem, wo ihr gerade schaut, oder generell alle Videos auf YouTube von irgendjemandem, ähm, könntet ihr die natürlich bewerten, ob, wenn euch die Videos nicht gefallen, könnt ihr den Dislike-Button natürlich nutzen, aber wenn euch das Video gefällt, äh, gefällt dann einen Like-Button, dadurch, ähm, steigert eben, ähm, die Reichweite, ja, also es sehen mehr Leute, dass die Video halt gesehen wird, äh, beziehungsweise gesehen wurde, ja, und, äh, dadurch, äh, unterstützt ihr den YouTuber, also nur wenn ihr möchtet, äh, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch den Dislike-Button nutzen, wenn euch die Folge nicht gefallen, das ist ja alles eure Entscheidung, aber wenn ihr eben ein positives Däumchen da lasst, dann sorgt ihr eben dafür, äh, dass man, äh, den YouTuber-Geisel entdeckt. Unterstützt. So, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also das bezieht sich eigentlich auf jedes Video, egal, das wird nur das Bewertungssystem nutzen, weil wir haben jetzt auf jedes Video um die 10.000 Views und meistens immer nur so 800 oder 1000, äh, Likes oder ein bisschen weniger, also ein bisschen, sehr viel Inaktivität, was ein bisschen schade ist in der Hinsicht, aber, ähm, was supergeil ist, sind halt die ganzen Kommentare von der Community, die uns immer Tipps geben und so weiter, insofern sie konstruktiv sind. Aber ich bin jetzt wieder ruhig, wollte ich nur mal so sagen. Ne, Tobi? Ja, ja, aber unterschreibe ich genau so, auf jeden Fall. Das ist prima. Okay, die sind, die sind unten, Jungs, wisst ihr, ne? Ja. Ja, okay. Okay. Ich hab Lend, ne, Ben? So. Okay, Patrick, geh mal rechts die Wand sprengen. Mach mal auf, da, ne? Sehr gut. Go, 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 Ben. 3, 2, 1. Hier, Tobi, warte, mach du erstmal da, dein Fenster da, ne? Ja, ich meine, mach erstmal die Tür auf und alles, oder guck erstmal, gib dich mal auf die Seite dahinten, ich mach's spreng jetzt. Geht keinen? Pass auf, Tobi, hinter dir, ne? Ist doch nicht offen, oder? Ben ist rein. Okay. Ich schick Kamera rein, Ben, warte, 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 Ben. Vorsicht, das ist ein Loch, hier ist einer irgendwo. Rechts um meine Ecke. Okay, guck du mal. Tobi. Ist er frei, bei dir? Die Brenne ist frei, Tobi. Bei mir ist auch alles gut. Ähm, Kevin? Ja. Boah, geradeaus durch, geradeaus durch. Ja, ja, ja. Pass auf. Oh, sorry, sorry, sorry. Such den Tobi, warte, 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 Tobi. Hier, Tobi, er ist hier. Okay, der. Er ist geradeaus durch, Tobi. Hast du ihn? Willst du den zu treffen gehen? Ich geh nochmal zur Leiter, oder? Der ist fast tot. Wie machen wir das? Ich spreng das Ding, ich spreng das Ding. Ich geh nochmal zur Leiter, ja? Da lag er, ja. Oh, sorry, Dennis, sorry. Oh, Alter. Alter! Oh mein Gott, das ist ein Rush, Alter. Ben, ich dachte, du wärst es gewesen. Der rennt da rum. Oh, oh. Fuck, Alter. Oh, was? Das kann nicht sein, Alter. Hör zu, Ben, der läuft da drum. Der Rush. Der, 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 der. Sehr gut. Fuck. Der ist das nicht mehr. Nice. Das ist auch. Das ist auch genug, Patrick. Pull in dir, Ben, komm. Ja, Mann. Nice. Den anderen mit, den anderen mit. Ja, Mann. Wo, wo sind die? Alle unten, oder? Geh runter zur Luke. Lad nach, Ben. Lad nach, Lad nach. Du hast acht Schuss. Ja, scheiße, Alter. Ey, kommt der da rein, ey. Okay, Kapkan ist direkt unten in der Mitte. Genau, bei der, bei der Leiche von Ben, die, äh, Patrick. Ja, dann kommt von der Treppe. Ach, Curry lebt auch, Anne doch nicht. Der am besten nicht durch den Raum, weil da hast du gerade was reingesprengt, also du dich quasi angekündigt. Ja. Kann man die Kameras gucken, Curry? Hast du schon guckt? Die Kameras haben wir keine. Ah, okay. Haben die alle zur Stelle? Ja. Was? Ja, vor allem, ja, wir haben nur die Kamera von Tobi, aber die ist irgendwie, Doc. Patrick ist machbar, zwei Stück. Au, du bist angehittet. Ja, ich hab nicht mehr viel. Ja, ich hab nicht mehr viel. Ich mein hinter dir links. Boah, ist ganz schwer zu sagen gerade. Fuck, nicht mehr viel Zeit. Aber geh lieber zur, geh lieber zur Geisel. Du musst runter, ne? Naja. Guck mal, direkt links. Und noch mal links. Ne, hinter der Treppe. Ah, nein, 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 nein. Boah, Alter. Okay, du musst jetzt da rein, du musst da rein, Patrick, du musst jetzt da rein. Es bleiben noch 10 Sekunden. Geh, geh, geh. Wer kommt jetzt da durch? Fünf Sekunden. Oh, schade. Schade. Mega nice. Boah, der auf der Treppe war richtig schade. Schade, schade, schade. Hammer. Ja, das war Glück. Echt, hast du den nicht gehört? Ne, das war Glück. Hm. War eine gute Runde, ja? War eine gute Runde, ja? War eine schlecht. Kein Match. War eins, alles cool. War gut. Würdest du nehmen, Curry? Es ist egal. Ne, sag mal was. Ich danke noch dir. Nimm, was du möchtest. Machen wir Waffenlager jetzt, ne? Das ist gut, ey. Ja, genau. Ja, genau, machen wir Waffenlager. Der Doc und der Westen waren die gleiche Waffe am Curry. MP5 hat der Doc auch eine MP5, ja, ne? Ich weiß nicht, das kommt darauf an, was du ausgerüstet hast. Ja. Du hast eine P90 oder eine MP5, glaube ich, als Rook. Okay. Aber die MP5 ist eigentlich ganz geil, finde ich. Auch in der Sie, ne? Der Rook hat halt mega viel Rüstung und der Doc hat halt die Möglichkeit, sich wiederzubenehmen. Also sie sind eigentlich fast dieselben Klassen halt. Drop Heels direkt die Westen. Ja, ja, ja. Kommt her. Lass das zuerst machen. Lagen wir her da. Wie beim Flohmarkt. Aber die Absicherung, die Absicherung kennen wir ja schon, ne? Das ist ja easy. Hier, hier, ne? Da brauchen wir gar keine Wände, Bronzel. Da bin ich ja in dem Raum. Okay. Kannst du hier mal ne Falle unter die Leiter machen, Bronzel, wo ich stehe? Ja. Das sowieso. Ben. Ben, mach mal hier ne Falle. Ich zeig dir dein Buch. Hier, guck mal Ben, mach mal hier ne Falle. Wo ich mach hier da. Haben wir, haben wir ein Castle irgendwo? Ne, Castle haben wir nicht. Wo willst du ne Falle haben, Dennis? Komm mit. Guck mal, am Treppenhaus direkt vor dem Schild. Zwischen Treppe und dem Schild. Okay, erstmal die Dinger hier, Drohnen. Ja, scheiß mal, guck mal, Bronzel. Hier, leg mal hier. Oh, der Currywurst möchte ich mir jetzt freuen. Sehr gut. Ja, gerne. Das machst du während des Spiels, Curry? Nein, das habe ich vorhin schon gesendet. So. Okay, hier können wir zu machen. Ben, hast du noch ne, äh, Dings... Na, eigentlich solltest du die hier dazwischen machen. Weil der würde sich eigentlich nur aufs Schild fokussieren, aber egal. Hier, meinst du das? Ne, ne, hier. So, ich würde jetzt hier auch zu machen, Leute. Mach Y. Ach, da ist Tobi, warte. Kevin, bleibst du da? Okay. Ja, machen wir hier auch zu. Hier noch mal ein, was wir in den Raum rein, warte. Okay. Lass mal los. Ich mach ein Loch ein. Oh, da kommt was. Keine Steps machen. Ja, äh. Äh. Und dann war das gesprengt? Weil ich guck Kameras, Tobi, warte. Hier kommen die, ne? Ah ja, genau, genau, genau. Ihr wisst, hier ist noch ne Luke, ne? Ja, die hab ich. Ah, ich hab, ich hab markiert, äh... Okay, super. Ihr habt ihr gesehen? Ja, ja. Ein Schild, ein Schild, ein Schild. Ja, geil. Alter. Wo war der? Wo war der? Ich würd sagen, Tobi, nicht facen. Da vorne grad aus. Schild, schild. Ja, der ist hier. Direkt. Oh, der kam von draußen. Nice, Ben, nice, Ben, nice. Da ist noch einer, da ist noch einer Hilfe. Oh. Platziere Nitro Handy. Wo bin? Hallo. Ne, da ist ein Schild und bei dir ist auch noch einer hier, ne? Da hinten. Okay. Ja, so sollte er reinkommen. Also, falls ihr uns helfen wollt, Patrick. Ja, ich seh. Ich guck schon, ich guck schon. Du guckst hier, ne? Ruhig, 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 ruhig. Boah, Leute. Oh, ich hab ihn getroffen. Wenn nicht facen. Ja. Nice, Bonze, nice. Nice. Ist nur einer. Könntest du mich lieber beleben. Danke, Curry. Ey, könnt ihr weiter da auch mal geben? Ich rush den sonst. Nein, 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 nein. Fick den. Komm, dass wir den holen, Dennis. Warum willst du denn jetzt vorgehen? Wir können das Schild holen. Kein Thema. Genau, genau. Nice. Super, Alter. Wer war das hier? Wer ist das hier? Dennis, ne? Ja, auch gut. Hattest ihn locker noch von hinten geholt, weißt du? Ja. Das war aber jetzt auch wieder Glück. Ich dachte, wenn ihr auf den schießt, dann hätt ich den jetzt easy holen können. Ja, ja, haben wir gemacht. Ja, du hättest ihn ja noch hinlegen können, Dennis wär noch hinten da gewesen. Der, schwisch mal. Safe call, guys. Safe call, Alter. Aber ist das hier? Ja, jetzt ist er wieder da. Ich muss mal den Bronzel machen. Ich muss mal den Bronzel machen. Ja, leider. Der Bronzel macht ja jetzt immer nur... Ja, ich bin ja auch besessen, ne? Wie macht der Bronzel? Na, keine Ahnung, ich kann ja nicht nachmachen, ey. Na, Lauer, Curry, komm. Lass den Bronzel, komm. Mach irgendwie seine Haus in den Mund oder so. Mach mal Bronzel. Ja, klar, Lapp. Boah. Mach mal Bronzel da. Sag mal ruhig, sag mal ruhig, jetzt Bronzel. Jetzt einen Moment. Boah, Alter, ey. Das ist ja... Unterwelt. Das ist Silent Hill-mäßig, ey. Kannst du dazu noch mehr solche Sachen machen? Silent Hill. Frag lieber den Curry, Tobi. Oh fuck, mach lieber nicht, ey. Die machen immer Anal-Bling-Ching, die beiden. Ähm, Keller ist frei. Der Keller ist easy, ey. Der Keller ist weg, alles klar. Dann sind wir, glaub ich, oben, ne? Der Gefickte ist schwul, ne? Ja. Ganz oben. Ganz oben, ja. Eine Weste ist direkt oben bei der Teppel. Vorsicht, ne? Äh, ich meine eine Fußmatte. Ja. Nice, wir haben die Geisel. Hallo. Hier ist noch eine Matte vom Fenster auf Vorsicht. Komm, in den Arsch rein. Was? Wui. Hallöchen. Patrick gehört auch zum Curry-Clan, ne? Hä? Das wär das beste Versteck zu kommen, ganz ehrlich, ja. Zum Curry-Clan, voll. Aber, ja, warum mach ich den jetzt für you, ey. Können wir die erstmal ein bisschen verwirren? Komm mal hier, guck mal, da. Bats. Boah, das ist aber clever hier. Ja, ne? Das ist richtig super. Richtig gegeben, ey. Mit dem Deckel. Ja, hier, die Kamera, rechts. Aber, das stimmt eigentlich, wir müssen ein bisschen mehr Stress ab und zu draußen machen. Ja, ja, ein bisschen verwirren von allen Seiten halt, ne? Und sobald ihr ist auch eine Kamera, hast du hier geschrottet? Okay. Sehr gut. Boah, was? Warte, Tobi. Äh, Kevin, du sagst, wenn du irgendwo Fuß einsetzen kannst, wo du keinen Geisel lässt, aber die ist hier, ne? Da in den Raum kannst du einen reinmachen. In welchen? Ich mach mal hier einen Termite, ne? Hier. Direkt bei der Geisel. Boah, Kevin, Kevin, ich hoffe ich jetzt wirklich keine Geisel. Ne, die ist doch nicht. Sorry, hör mal kurz zu. Hier in dem Gang läuft die ganze Zeit einer rum. Wir haben gerade mein Fuß kaputt gemacht. Ja. Patrick, ich mach mal auf, Patrick, dann mach ich ein bisschen Action hier, okay? Moment, ich mach die Kamera ganz kurz. Denn. Okay. Hier. Hier. Markiert. Curry, äh, bei dir oben, äh, da ist das Fenster, da ist einer drin. Hab ihn. Nice. Ja, super cool. Branded, Dennis. Ich lege uns an mir so plopp. Okay, Vorsicht, Granate, Patrick, weg da. Zurück, zurück. Warte, ich schick, äh, R2 rein. Warte, ich schick, äh, R2 rein. Warte, ich schick, äh, R2 rein. Warte, mach mal R2. Ey, die ist gerade einer rumgelaufen. Nein! Ah, rechts, sofort. Fuck! Ohohoh, ohohoh. Hey, Kevin, direkt, äh, links, zwei Stücke, links. Ich hätte den eben kriegen müssen. Okay, warte, warte, ich komm durchs Fenster hier. Ja, ja, ja. Mach du mal ein bisschen her Action, dann komm ich da hin zu Tür. Ohohoh, nice. Alter, echt. Rechts, Ben, sofort rechts, ist er. Wenn der schrubft, ich würde da nicht reingehen. Hier, das? Ja, ja, auf der rechten, genau. Oder war das der hier? Du kannst da nicht. Nee. Dennis, siehst du irgendwas? Äh, ja, bei mir hat der Giftgast gemacht. Oder ist der das? Genau da, da müssen wir jetzt bleiben, oder? Der ist runtergefahren. Woah, alter. Hab ihn, hab ihn. Nice, nice, nice. Der ist da gut geholfen. Wobei... Hab ihn. Nice, nice, nice. Aber ich meine, einer ist da noch. Einer ist da noch. Ich meine, hier auf der rechts ist keiner mehr, oder? Ich weiß nicht. Hab ihn. Jawoll, alter. Nice, Leute. Matchball. Back and business. Das war die Runde, ey. Sehr gut. Sehr gut. Perfekte Kommunikation, ey. Ja, wir haben uns gegenseitig gut unterstützt. Das war nice. Ich hab dich selber nicht unterstützt. Okay, mal, die Piets können kommen, Alter. Einer gewonnen, ladies and gentlemen. Ja, schön. Ob ihr die Siegesserie von 6 Matches in Folge halten könnt, das seht ihr dann in den nächsten Episoden. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da und wir sehen uns dann wieder. Und schaut bei dem Tobi vorbei, schaut beim Bonzo vorbei, beim PayZ und natürlich beim El Mundo Currywurst. Ganz wichtig beim Dennis, ne? Dankeschön. Unbedingt vorbeischauen hier. Bester Kanal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.